Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. Guten Morgen Facebook. Heute Morgen möchte ich euch eine Idee weitergeben, die ich letztens bei Facebook auch gefunden habe. Nimm doch einfach mal das Buch, das dir am nächsten liegt und schlag es auf auf Seite 42, ihr erinnert euch, 42 ist der Sinn des Lebens und lest dort den siebten Satz und postet diesen siebten Satz auf Seite 42 des Buches, das dir am nächsten liegt, hier auf Facebook. Und da bin ich mal gespannt, was für interessante Gedanken wir da zu Tage fördern werden. Ich wünsche euch einen schönen und spannenden Tag. Alles Liebe, euer Micky. Dass Gott, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Amen.